Also mit praktizierter Dankbarkeit konnte ich schon total viel verändern. Und gleichzeitig gibt es immer noch einige Phasen in meinem Leben, wo es dann doch alles ein bisschen viel ist. Also wo mir der Kopf qualmt und ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin wieder so kurz vorm Hamsterrad. Und dann gebe ich zwar diese ganze Dankbarkeitstagebursache nicht auf, aber ich merke, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Unterstützung. Was mir sehr gut an der Boregin gefällt, ist, dass es eine sanfte Unterstützung ist. Das hilft mir, runterzukommen tagsüber und abends echt durchzuschlafen. Und was ich toll finde, ist, dass ich das dosieren kann, so wie ich es brauche. Also es gibt so Tabletten und Tropfen und je nachdem, wie intensiv die Unruhezustände sind oder meine Schlafprobleme, kann ich es entweder kombinieren oder ich kann es auch einzeln nehmen. Und es gibt mir ein gutes Gefühl, da was zu haben, was mich unterstützt. Völlig ohne Chemie, ohne Nebenwirkungen. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, eine Unterstützung im Alltag zu haben. Also es gibt mir einfach wieder, ich brauche es um Schlafprobleme. Und das ist es für mich, das nicht immer, ich hoffe es wünsche mir einfach. Und das ist eineBigFunktion. 有ика, weil ich würde mir einfach Parce, dass du würdest und ich mir этих Hudson heat zijn principer organisations